Viele Unternehmen sehen eine Relocation oder Modification als Herausforderung. Wir sehen das als Chance. Warum ist das so? Sie können bei uns ein Gerät einfach nur klassisch umziehen. Sie können aber durchaus auch Erweiterungen durchführen. Erweiterungen in zum Beispiel eine Erhöhung der Lagerkapazität mit einer Systemerhöhung, Geräteerhöhung. Wir können eine Lagerverwaltungssoftware in Ihr bestehendes System entweder übernehmen oder integrieren oder updaten. Wir können auch eine Fördertechnik hinzufügen, um ein Lagersystem bei Ihnen zu konsolidieren oder zu zentralisieren. Deswegen sehen wir Relocations und Modifications als Chance. Aus unserer Erfahrung heraus sind Beratungsleistungen bei Modifications und Relocations von zunehmend großer Bedeutung. Was bedeutet das konkret? Das beinhaltet zum Beispiel die örtliche Aufnahme von den Gegebenheiten, damit das komplette Projekt der Relocation-Modification abgewickelt werden kann. Viele Kunden interessieren auch technische Details nach dem Projektende, wie zum Beispiel die Gerätestatik, erweiterte oder reduzierte Lagerkapazitäten oder auch Möglichkeiten einer Brandschutznachrüstung. All dies kann das Projektmanagement von Kardex bei einer Relocation-Modification abdecken. Jedes Unternehmen wünscht sich natürlich während einer Relocation oder Modification weiterhin auf die eingelagerten Produkte und Güter zugreifen zu können. Wie kann man so etwas realisieren? Man kann einfach eine leere Fläche benutzen, man kann einen Trailer mieten, man kann ein Lagerzelt aufbauen oder ein statisches Regal dafür anfertigen. Herausragend dabei ist, dass eine bestehende Lagerverwaltungssoftware mit dieser Zwischenlagerungslösung kombiniert und integriert werden kann, so dass ein optimaler Arbeitsfluss weiterhin gewährleistet wird.